ja seid ihr alle treuern war die leckte, war zum anfang auch noch die leckte Mama haben sie ihm dann fuck gemacht oh ja, noch mal oh, leckte die warum leckte die, na 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 jetzt hätt ich den extra gewarntet, einen schuss auf den falschen oh, leckte ich bin mir noch nicht umkackt ich weiß nicht, ob ich da wieder käme ah man, die ist kaum spielbar, die ist so scheiße ja, die ist so schweiß am laggen da hier, wieder in der Ecke absolut wir haben den vorteil errungen ja, er wird immer vielleicht kommt die schuss es kommt die Zeit oh wo sind die ganzen Arschlick da hin, sag mal ey, ich schaffe dir ich gucke mal wo sind die hin, alter ich renne hier in einem hier durch so viel spieler aufklärungs drohne eingesetzt ich hab das was ich hörte Alter, der lag der Hurensohn, das ist ja Wahnsinn. Sind alle unten am Strand. Äh, Kappschüssi. Oh, Stecker. Markiere Koordinaten für Vorrede. Warte, das muss... Ah, scheiß, ich wollte... Ich hab ihn gemessert, Alter. Der Bug auf der Map ist ja nicht normal. Verbündeter Warbird in der Luft. Warbird bittet um Unterstützung. Wir haben die Führung übernommen! Ha! Tsunami-Warnung und ich wollte ins Wasser hupfen. Ja, vielleicht schaff ich's. Scheißen! Komm schon, komm schon, komm schon! Ficken! Nein! Nicht zu spät! Ja, jetzt bin ich offen. Egal, man kann schwimmen. Ja, was? Egal, man kann schwimmen, Alter! Oh, ich wollte, dass wir die Welle wegdrücken. Oh, der Leck geht mir so auf die Kirmes, Alter. Nein! Jetzt bleib doch wieder Hänger! Ich krieg ihn. Der dicke Eier. Und zurück zum Beispiel. ă! Mach! 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 Jaaaaah! Ich werde ihn nicht mehr aufhören! Alter, wenn die einmal am Schreiben sind, ne, dann haben die nichts anderes zu tun. Du alter Arsch, da kannst du ja auch nur hinterher rennen, wa? Feindliche Drohne über uns. Nein, nein, nein. Weiß ich nicht, du, um auf den Händen. Ja, auf den Händen. Ja, wir schießen ja gerne. Ja, wir. Scheiße. Alter, was hab ich da? Ja, du Arschloch. Ge-Fig-Dich! Ja, mach doch das überhaupt. Das eigene Team kontrolliert das Laser-Luft-Verteidigungssystem. Aha, so funktioniert's. Ja! Ja! Ich hab irgendeine Laser-Verteidigung auch nicht gemacht. Ja, mach mal. Hab ich ja schon. Aber ich weiß ja, wie du... ...wirklich bist du... ...wirklich. Der Schatz ist bereit! Ja, okay. Ja, okay. Komm schauen! Sehr gut. Ja, warum nicht immer genau dann Nachlagen, wenn einer an die Eck zu schützen kommt. Ja, okay. Ja, okay. Ja, ja. Na, okay! Wir gewinnen diesen Kampf! Warum macht man Geschütz nichts da drüben? Ja, weil das Geschütz so hingestellt hat. Ja, und Schnauze! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Hä-ha-ha-ha-ha... ... comment man Geschütz nicht, weil so Schiss hingestellt hat. Dieser Rolf. Wie sagt man Alterschütz vor der Tour hält oder wie... Oh! Jetzt ist'doot! Ich treff' aber nur meine eigene Leute hier. Ja, dann schieß mal noch meine Wahrende rein, ja. Ichlink nur. Also ich Maß infiniert. Hier irgendwie sind die... Die mit der roten Schrift sind feindlich, ja. Aufklärungsdrohne aktiviert. Ich sehe ihn hier. Feindliche Drohne über uns. Wir haben die Führung verloren. Ja, ja, ja. Ah, hier ist er uns. Ja, nein. Ja, nein. Du fotze da in die Ecke. Wir haben unser Team. Ihr Scheißhaus, Mega. Dig die Kämpfe, ihr Fotze, ey. Nee. Nur die Kämpfe, ihr Ratten, ey. Dabei war ich gar nicht so schlecht. Nö. In der letzten Runde. Du weißt ja, die Seasers. Ja, nicht schlecht. Step out. Oh, na gut. 21 ist doch top. Ja, ich mach ganz gut hin. Ja. Einmal im Leben muss er ja was machen. Ja. Ja, einmal im Leben muss ich auch mal was zustande bringen. Ja, stimmt. Und. Hm. Alter, hab ich ne fetten Pickel auf dem Fuß. Willst du ein Foto sehen? Ich schick da. Nee, ich will kann nicht. Ich kann nicht. Ja.